Willkommen zur achten Folge von Tudor 6 Und ich fahre wieder, meine Koordinaten sind offen Und ich muss in die Richtung Ich brauche essen Ich habe keine Öffnung Einmal ganz kurz hier oben bauen Und ich fahre nächste Folie Gegen Mad Max Ich freue mich, dass... Ja, wegwerfen Ah, das wird's dumm Minus 173 und 10 So Ich gucke mir hier so ein bisschen durch Ähm Oh, hier ist schon der Spawn Kurze Teamkiste Ähm, kurz in die Teamkiste Wollt ihr mich snipe? Wollt ihr mich snipe? Nein Ok Okay Vielen Dank. Espert Mama. Prozess Manomods by Creeper. Ich würde nämlich so eine mega dämliche Falle noch bauen. Was ist denn da? Nee. Oh. 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 Da habe ich Thomas und Ding. Oh. 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 Ich muss das mal weiter. Ach der steht irgendwo direkt am Spawn. Ja, wow, tipp Ja, wow, tipp 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 Tiff 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 Was ich ein Krueger? Kalt, ist es? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wollte wenig essen, aber... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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